Hey du und herzlich willkommen zu dem entspanntesten Pferde-Vlog, den du jemals gesehen hast. Ich nehme dich heute mit in den Stall und zwar im ASMR-Stil. Als erstes stand der Training auf die To-Do-Liste. Ich habe dann nur schon mein Ponylein geholt und guck mal, wie der Lied das gemacht hat. Er ist sogar ohne Strick nachher auf den Lied hergegangen. Dann habe ich noch etwas Tricktraining gemacht und schaut mal, wie toll er sich mittlerweile auf Kommando hinlegt. Und seine Mähne, also die kurze jetzt, steht ihm einfach so gut, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber steh Mähne, steht ihm. Ja, dann habe ich ihn fertig gemacht für die Lunge. Und ich muss sagen, er läuft deutlich, deutlich besser als zu Anfang. Aber gestern war jetzt nicht so 100% sein Tag, aber das gibt es auch bei der Arbeit mit Pferde. Das solltet ihr euch immer bewusst machen, es kann nicht immer 100% sein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mehr solche ASMR-Vlogs machen soll. Mori, ich habe dich ganz verliegt. Mori, ich habe dich ganz verliegt.